Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Serie von mir. Es geht dieses Mal um die Windows-Kommandozeile. Warum würde ich die Windows-Kommandozeile behelligen, wenn ich hier nicht alles einfach grafisch machen kann? Der Grund dafür ist, dass man zum Beispiel über Metasploit, da habe ich ja die Serie dann angekündigt, über die Metasploit bzw. die Metapreta, um genau zu sein, haben wir Zugriff auf die Shell, aber nicht auf die grafische Oberfläche von Windows. Und da muss man dann natürlich mit der Windows-Eingabeaufforderung zurechtkommen und kann nicht einfach die von Linux benutzen. Deswegen zeige ich euch das einfach mal auch für Fernwartung oder Copy-Paste oder sowas. Teilweise ist es einfach schneller, ein Stück Code zu kopieren, einzufügen, fertig, wenn euch irgendjemand helfen möchte. Und anstatt hier 10 Stunden rumzuklickern, ja wie mache ich das, wie mache ich das, 50.000 Screenshots und so weiter. Deswegen ist es so einfach teilweise schneller. Doch bevor wir hier richtig anfangen, habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar seid ihr auch an weiteren Windows-Internals oder Windows-Tipps und Tricks interessiert oder nur an der Windows-Eingabeaufforderung. Schreibt es mir in die Kommentare und abonnieren und so weiter auch nicht vergessen, ist ja klar. Okay, also fangen wir an. Wir eröffnen erstmal Windows-Kommandozeile. Nein, wir wollen Cortana nicht fragen. Indem wir hier CMD eingeben und ihr könnt auch Kommandozeile oder Eingabeaufforderung oder sowas oder Command Line geht glaube ich auch. Aber CMD ist einfach zu schnell. Und dann hier ausführen und schon sind wir dabei. So, jetzt sehen wir hier zunächst einmal, dass wir uns in einem Ordner befinden. Das hört sich jetzt erstmal total bescheuert an, aber wir führen die Kommandozeile immer in einem Ordner aus. Dazu als Vergleich, wir sind in C, in Benutzer und QWERTY. Das ist sozusagen der Pfad hier oben. Wenn man draufklickt, steht es auch C.UsersQWERTY. Das ist genau das, was hier steht. Das heißt, wir sind jetzt in diesem Ordner mit unserer Kommandozeile drin oder Eingabeaufforderung. Okay, warum sehen wir dann das hier alles nicht? Naja, weil wir keine grafische Eingabe haben. Wir können aber fragen, was denn sich in diesem Ordner befindet. Dazu geben wir einfach mal DIR ein und drücken Enter. So, da kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr Ausgaben. Volume in Laufwerk C hat keine Bezeichnung. Deswegen steht hier unten und hier oben auch lokaler Datenträger. Mehr steht hier nicht. Also nicht irgendwie, hallo mein Name ist Volume C oder sowas. Genau, die Seriennummer brauche ich eigentlich nicht zu interessieren, beziehungsweise uns alle nicht interessieren. Und ja, wir haben hier verschiedene Verzeichnisse. Verzeichnisse erkennt man daran, dass es DIR sind. Verzeichnisse sind Ordner, in die kann man reingehen. Zum Beispiel kann ich hier in Dokumente reingehen und wieder zurück. Das erkennt man daran, dass hier in DIR vorne dran steht. Hier müsst ihr einfach drauf losraten, beziehungsweise hier steht dann Datei Ordner, wenn ihr diese Ansicht habt. Und in Ordner kann man reingehen. Ist genau dasselbe hier auch. Und zwar kann man das einfach machen mit CD und dann zum Beispiel in Documents. So. Und jetzt befinden wir uns im Ordner Dokumente. So wie wir es hier gerade gemacht haben. Jetzt sind wir hier drin. Okay. Wenn wir wieder zurück wollen, dann schauen wir uns mal an, was in diesem Ordner drin ist. Hier finden wir überhaupt nichts. Hier steht, dieser Ordner ist leer. Hier finden wir allerdings zwei Verzeichnisse, zwei Directories. Und ja, das eine ist Punkt und das andere ist Punkt, Punkt. Das ist ein komischer Name, die wir hier überhaupt nicht sehen. Entschuldigung. Woran liegt das? Punkt bezeichnet das aktuelle Verzeichnis. Also wenn ich sage CD Punkt, dann lande ich genau wieder im selben Verzeichnis, nämlich in Documents. Also C, User, Square, die Documents. Ich sage immer nur das letzte. Und wenn ich Punkt, Punkt eingebe, dann, ihr habt es richtig geraten, dann komme ich einfach auf den Ordner drüber wieder. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr in Documents, sondern ich bin quasi wieder hier in diesem Ordner, wie ich am Anfang auch war. Okay, super. So, und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie man Dateien ausführt. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. So weit sind wir eigentlich schon dann durch. Wow. Okay, dazu gehen wir einfach mal auf den Desktop. Wie gehen wir auf den Desktop? Wir geben uns erstmal alle Ordner aus und schauen uns um, wo ist denn der Desktop. Okay, der ist hier. Also können wir auf den Desktop gehen. Das machen wir mit cd, Desktop. Okay. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn auf diesem Desktop. Das hier ist kein Ordner, denn hier vorne steht nicht dir. Hier hinten dran steht aber noch so eine komische Null. Die steht in der eigentlichen Datei nicht da. Die heißt einfach nur meine wichtigen Passwörter. Seht ihr hier hinten. Das ist die Größe. Und die Größe in Bytes, logischerweise. Hier unten steht übrigens auch eine Datei, zwei Verzeichnisse und wie viel Speicherplatz ihr noch frei habt. Das ist noch, glaube ich, genug. Und ja, hier sehen wir die Größe von dieser Datei und den Namen der Datei sehen wir auch. So, wenn wir jetzt diese Datei in Anführungsstrichen ausführen wollen, sprich einfach öffnen, dann machen wir ganz einfach, wir geben den ersten Buchstaben ein oder so viele, wie wir halt wollen. Und dann drücken wir Tab. Dann sind wir deutlich schneller. Dann wird es nämlich Auto vervollständigt. Tab ist das über Großschreiben, also über Permanent Großschreiben. Und ja, dann drücken wir Enter. Und schon wird alles geöffnet, was wir, beziehungsweise wird die Datei geöffnet, die wir hier gerade wollten. Die wird standardmäßig einfach mit dem Editor geöffnet. Deswegen wird sie jetzt hier auch mit dem Editor geöffnet. Darüber habt ihr dann keinen Einfluss mehr. Okay, soviel zur kleinen Einführung. Nächstes Mal geht es natürlich weiter. Wir sind hier noch nicht fertig. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Verbesserungswünsche habt oder sonst irgendwas. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.